Tja, moin moin meine lieben Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Special. Endlich haben wir es wieder soweit und zwar der 1. April und ja, es gibt wieder ein 1. April Special, wie ihr schon im Titel erkennen könnt. Und zwar werde ich heute meine, naja, relativ lang gewordenen Haare alle auf 3 mm wieder rasieren, so wie letztes Jahr, denn dieses Rasiervideo ist tatsächlich sehr gut angekommen und ich dachte mir, ey, mache ich halt ebenfalls noch einmal. Und ja, auf jeden Fall nächstes Jahr zum 1. April werde ich mir was anderes überlegen. Was dann passiert, das werdet ihr ja dann auf jeden Fall sehen. Ja, das soll aber jetzt nicht das Thema sein und zwar nicht, was wir nächstes Jahr am 1. April machen, sondern was wir dieses Jahr am 1. April machen und zwar wieder Haare schneiden auf 3 mm, so wie letztes Jahr auch und ich würde sagen, let's go, würde ich mal sagen, gell? Ja, fangen wir mal an. Freunde, was meint ihr, könnte ich so auf die Straße gehen? Ja, was meint ihr, würde mir das stehen, ob mich der Arbeitnehmer so rauswirft? Ich glaube nicht. Ey, der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber. Sieht das gut aus? Ja, ich würde schon sagen. Also, ich würde schon sagen. Alter Schwede, meine Haare sind ja lang geworden auf dem Kopf. Richtig lange. 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 Ja. 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 Ich glaube ein bisschen brauche ich noch. und dann frage ich mal nach, wie es geworden ist. Gut, ich denke mal, ich habe alles, ich frage mal schnell drüben nach, beziehungsweise ich frage mal schnell nach, ob das okay ist, also kleinen Moment. Gut, meine Freunde, alles sieht schon mal gut aus, also ich habe alles erwischt, ein paar Kleinigkeiten mussten noch verbessert werden, aber sonst habe ich alles eigentlich gut gemacht, jetzt noch schnell abföhnen. Gut, meine Freunde, alles sieht schon mal gut aus, also ich frage mal schnell abföhnen. Gut, meine Freunde, ich frage mal schnell abföhnen. Gut, meine Freunde, ich frage mal schnell abföhnen. Gut, und damit, ach ja, wartet mal kurz. Schaut mal her, Leute, auf jeden Fall, ich hatte ziemlich lange Haare und schaut mal, wie viel da runtergegangen ist, also ja, schon eine Menge. In diesem Sinne würde ich auch sagen, das war es denn jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch hoffentlich nächstes Jahr wieder zum nächsten 1. April Special und was ich dann da machen werde, auf jeden Fall nichts mit Haare schneiden, sondern da werde ich mir was anderes überlegen, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bis dahin und natürlich morgen wieder bei den ASMR Videos und ja, das nächste Special kommt dann Halloween. Bis dahin würde ich sagen, tschüss, meine Freunde und ja, macht euch noch einen schönen Tag, einen schönen 1. April und bis demnächst und bis morgen.